Black Jack, hier ist der Schlüssel zu den Casino-Tresoren dieser Welt. Werden Sie zum König des Black Jacks. Lassen Sie sich von zwei höchst seriösen Wissenschaftlern in die lukrativen Geheimnisse des Geschichtlichkeitsspiels Black Jack einweihen. Und räumen Sie mit Ihren neuen Kenntnissen bei den Spielbanken so richtig ab. Warum steht Black Jack in dem Ruf, ein teures Glücksspiel zu sein? Weil die meisten Spieler die wahre Natur von Black Jack nicht erkannt haben. Seien Sie schlauer als 99% der Casino-Besucher. Nutzen Sie diese wissenschaftlichen seriösen Grundlagen dieses Spiels und machen Sie Ihre Geschicklichkeit künftig zu viel Geld. Warum zahlen die meisten, die sich im Black Jack versuchen, am Ende stets gehörig drauf? Warum sind es immer nur die Casinos, die mit Black Jack den meisten Reibach machen? Die Antwort erscheint unerhört. Weil die meisten Menschen Black Jack lediglich spielen, um Spaß zu haben oder um sich zu zerstreuen. Der potenzielle Gewinn ist diesen Menschen Schnuppe. Geldgewinn interessiert sie nicht. Zu diesen übersatten Glücksrittern gehören sie nicht. Suchen Sie vielmehr nach einer wissenschaftlich abgesicherten Methode, um ohne großes finanzielles Risiko immense Gewinne einzufahren. Indem Sie die Natur des Spiels namens Black Jack erkennen und für sich nutzen. Dann machen Sie mit diesem Buch einen ausgesprochenen Glücksgriff. Denn in diesem Buch führen zwei höchst seriöse Physiker den unschlagbaren Beweis, Black Jack ist ein reines Geschicklichkeitsspiel mit festen Regeln und berechenbaren Ergebnissen. Daher haben die hohen Gewinne beim Black Jack absolut nichts mit Glück zu tun. Ja, in der Tat. Black Jack erfordert ausschließlich drei Dinge. Geschicklichkeit, Geschicklichkeit, Geschicklichkeit. Und, Sie werden mir zustimmen, Geschicklichkeit ist etwas, was man erlernen und systematisch trainieren kann. Oder? Also trainieren Sie so lange, bis Sie zum König des Black Jacks aufgestiegen sind und Ihnen in den Casino dieser Welt die üppigsten Gewinnmöglichkeiten offen stehen. Dieses Buch zeigt Ihnen alle Grundlagen, die Sie beim Black Jack beachten müssen. Es ist gewissermaßen ein legaler Schlüssel zu den Geldtresoren der Spielcasinos dieser Welt. Lesen diesen wissenschaftlich fundierten Ratgeber Black Jack und dann erkennen Sie, wie Sie durch reines Geschick im Black Jack immer die Oberhand gewinnen. Sehen Sie, mit welchen Strategien Sie bei diesem Spiel die besten Gewinnaussichten haben. Achten Sie auf die verborgenen Fallen, mit denen Sie Black Jack als feste Einkommensquelle nutzen möchten. Lesen Sie, was höchst seriöse Wissenschaftler über dieses Spiel und die Strategien der Meisterspieler herausgefunden haben. Trainieren Sie mit dem beigefügten einzigartigen Trainingsprogramm Ihre Geschicklichkeit und vieles mehr. Machen Sie richtig Kasse mit Black Jack. Kehren Sie den reinen Glücksspiel wie Gornet oder Lotto den Rücken. Nutzen Sie wissenschaftlich erprobte Methoden, um durch reine Geschicklichkeit jede Spielbank zu schlagen und im Geld zu schwimmen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Dich Nötergolf Burgser